Meine Motivation ist, dass ich wirklich die Leute unterstützen kann, dass der Mensch ein Mensch sein kann. Das gibt eigentlich ein ganz einfaches Wort. Sie müssen einfach die Menschen lieben. Die Menschen, die andere Menschen sind, diese Menschen haben mich enorm. Ich habe sehr viel Spaß. Es sind oft Frauen mit Erfahrung, also ihre Erfahrung in der Leben, was sie sind, ihre Qualität. Sie sind sehr autonom auf dem Land. Wenn man diesen Beruf ausüben will, dann muss man wirklich gerne alle Leute haben. Man muss gerne mit Menschen zusammen sein. Und wenn man dann einen Menschen sieht, der LHT an und sagt Danke, das ist ein Geschenk.